Es ist nie die Strategie, die funktioniert, sondern immer die Person, die die Strategie gerade umsetzt, bei der das funktioniert. Wenn du Dinge wirklich sehr aus deinem Bewusstsein heraus tust, dann entsteht eben etwas anderes, etwas, was viel, viel größer ist. Die Möglichkeiten und die Chancen, die jeder von uns in seinem Alltag bekommt, halt eben auch genau die sind, die halt passend sind zu der Identität, die wir gerade leben. Hi, ich bin Julia. Und ich bin Finn. Und du hörst Millionär Spirit. Wir sind Mutter und Sohn und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business. In unserem Podcast Millionär Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, dass du zuhörst. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Podcast Millionär Spirit. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ohne Bild und nur mit Ton. Zum Glück haben wir den wenigstens mitgebracht. Den haben wir mitgebracht. Da es sich um einen Podcast handelt, ist es auch empfehlenswert. Ja, wir haben heute aus Gründen kein Bild. Der Finn ist nämlich immer noch ein ganz kranker Frosch, der Arme. Ich komme gerade aus den Staaten und war jetzt zum Schluss in Miami und da hat es halt draußen 30 Grad und dann setzt du dich in irgendein Restaurant und da sind dann 16 Grad. Und er hatte immer den Ski-Anzug nicht in der Tasche. Ja, das ist ja auch so nervig, wenn du dann irgendwie, du nimmst ja dann auch kein Hoodie mit oder so, weil den wirkst ja auch nicht bei 30 Grad dann nicht so unter den Arm klemmen. Ich verstehe nicht, wie die das machen. Also wirklich würde ich da arbeiten als Kellner oder so, ich würde wirklich, glaube ich, in Winterjacke da den ganzen Tag. Und die Frauen haben auch noch ganz oft so diese Spaghetti-Träger-Tops. Alle, alle, wirklich unfassbar. Und dann war ich eh schon so ein bisschen so angeschlagen und dann habe ich am vorletzten Abend in so einem Steakhouse wirklich direkt vor der Air Condition gesessen. Und der Kellner meinte auch, er kann ihn nicht steuern, er kann da nichts machen. Und das hat mir dann den Rest gegeben. Ja, und dann kam er hier krank an und seitdem lungert er mehr oder weniger Tast über im Bett rum. Aber wir wollten euch heute wenigstens im Podcast mitgeben und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, na, Ton geht jetzt schon wieder. Also Finn hat schon wieder immerhin Stimme, wenn auch Husten. Aber ihr hört es, ja, alles klar. Also es ist noch, aber es war schon schlimmer. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass mir so mega schlecht geht oder so. Ich habe jetzt keine krasse Grippe oder so, sondern konnte einfach, also meine Stimme hat sich nicht so schön angehört für Live-Calls oder Memos oder so. Also, aber trotz allem war die USA mega krass und ich würde auch sagen, das war der Erfolg jetzt meiner letzten Woche, weil das eine so unfassbar tolle Reise war. Aber, ähm, ich war ja in New York und in Miami und, ähm, beides so, ja, das sind ja auch so krasse Gegensätze irgendwie, ne. Du, also sowohl jetzt natürlich vom Klima her, aber auch, ähm, New York hat ja gar nicht so viel wirklich mit Amerika zu tun, sondern das ist ja wirklich einfach so international. Und, ähm, in Miami merkst du es dann schon ein bisschen, also es ist halt auch natürlich mega international, aber da sind natürlich, äh, das ist so ein bisschen mehr so dieses Ami-Feeling, ähm, aber natürlich total gemischt mit diesem ganzen Südamerikanischen, ne. Ganz viele Kubaner und so und ist ja auch alles, äh, ich wurde ganz oft immer auf Spanisch angequatscht, ähm, und das gefällt mir eigentlich auch total gut da in Miami, diese Mischung zwischen dieser, ähm, Lebensfreude und dieses, auch das Leben zu zelebrieren und so, was ja, ähm, also die Kubaner und sowas zum Beispiel alle, äh, was, was die ja mitgebracht haben, aber auch das kombiniert halt mit diesem, ähm, großen Denken, großen Träumen, durchziehen, disziplinierten amerikanischen Unternehmergeist, so. Diese Kombination, ich finde, das macht so eine ganz besondere Energie irgendwie, obwohl ich mir niemals vorstellen könnte, in Miami zu wohnen, aber, ähm, ich glaube, ich war jetzt auch das, ich glaube, ich war jetzt fünfte Mal in Miami und, ähm, es war schon echt, äh, sehr, sehr schön und auch die Strände und so, das ist natürlich alles, müssen wir nicht drüber reden, ne, das ist ultra geil und ich war jeden Tag shoppen und so, das ist also, das ist schon, ähm, wirklich richtig cool und New York war auch mega, weil das war jetzt so, der, ähm, die hatten schon den ganzen Weihnachtsschmuck dran, der Baum vom Rockefeller stand schon und trotzdem hattest du halt noch diese ganzen Herbst, Herbst-Vibes, also im Central Park waren die, ähm, Blätter halt jetzt so schön braun und, oder, wie sagt man? Bunt, 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 ähm, und, äh, der Findus macht hier gerade ein bisschen Randale, ähm, und, ja, also es war, äh, eine sehr, sehr schöne Reise und ich würde sagen, es ist mein Erfolg der letzten drei Wochen. Bei dir? Mein Erfolg der letzten Woche, ähm, ist der Start von I.M. Von I.M. Und, also ich muss dir wirklich sagen, ich bin in dieses Programm sehr, sehr verliebt, also, sag ich das eigentlich über jedes Programm? Über die meisten, glaube ich, ja, aber ich weiß schon, dass du zu I.M., ist schon was sehr Besonderes für dich, ne? Genau, das ist was sehr Besonderes für mich und auch diesmal wieder, also die Teilnehmer sind halt auch total begeistert und, ähm, ich weiß, es ist halt so anders als alles andere. Und, ähm, dadurch, dass es halt komplett einfach nur ein spirituelles Programm ist und zur Persönlichkeitsentwicklung geeignet, ist es halt eben etwas, ja, ich, ich gehe halt nicht auf irgendwelche Businessbezüge ein oder so dabei. Die gibt es natürlich immer, ja, also deine ganze Persönlichkeitsentwicklung ist immer Businessbezug, aber hier ist es wirklich, es geht rein um dieses, ähm, wie darf ich als Mensch wachsen oder wohin darf ich rein wachsen als Mensch und ich liebe das sehr, sehr, sehr. Ich muss wirklich sagen, es macht mir eine ungeheure Freude, auch zu sehen, was es mit den Teilnehmern macht, wenn die dann in den Chat schreiben, boah, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, das ist so spannend, das ist, das löst gerade so eine ganze Kette an, an Überlegungen, aber eben auch an Gefühlen bei mir aus und mir wird gerade so viel klar und das ist, macht mir sehr, sehr viel Freude. Ich habe es ja letztes Jahr selber mitgemacht und kann auch nur, also, sagen, es ist eine sehr, sehr krasse, tiefe Reise zu mir selbst gewesen und, ähm, ich glaube jetzt auch gerade für viele, weil ich weiß nicht, bist du schon in dieser Weihnachts-Endjahresstimmung? Das ist ja hier auf Zypern immer so ein bisschen special, weil heute sind wieder 23 Grad und Sonnenschein und wenn du am Meer langfährst oder so, ich war heute Morgen trainieren, ich gucke aufs Meer dabei, also, das ist, bei mir kommt noch nicht so richtig die Weihnachtsstimmung auf, also, das nicht so richtig, aber ich spüre schon, also, jetzt, es geht langsam in diese, in dieses Gefühl von das Jahr beendet sich. Also, ich habe das auch schon jetzt ganz stark und ich glaube, dass das auch dann nochmal viel auslöst, halt, wenn ich jetzt gerade halt so ein Programm dann mitmache, ne, dass das auch viel nochmal, ähm, so dazu beiträgt, wo sich eh viel neu sortiert und so und das, es hat sich jetzt eh in den letzten Wochen so viel neu sortiert, weil ich halt jetzt, äh, es ging ja eh schon los, dass, bevor ich in die, ähm, USA geflogen bin, in Urlaub gefahren, hatten wir ja eh schon so, ähm, verrückte Ideen und haben eh schon so gespürt, dass für uns jetzt, also, für Procharisma, so ein Level ansteht einfach, nicht mal, wo wir halt noch nie waren, sondern auch, wo wir wenig Leute kennen einfach, die da sind und es jetzt darum geht, alles nochmal viel, viel größer zu machen und, ähm, jetzt auf dieser Reise habe ich halt wieder so krasse Impulse bekommen und so viele Ideen und, ähm, wir sind auch gerade schon direkt dabei, die ersten Sachen umzusetzen und so und irgendwie tut sich gerade so viel und ich bin da, hab da auch einen, ähm, Livestream zu auf Instagram gemacht, dass ich immer wieder jetzt so Momente hatte, wo es mich so flasht und ich so merke so, boah, das ist so krass, was ich für ein Leben lebe und ich meine, ich glaube, ich würde sagen, ich teile vielleicht 10% oder 5% von dem, was eigentlich die ganze Zeit abgeht und von dem, was wir eigentlich die ganze Zeit erleben, ähm, und das sind dann immer so Momente, also, es kann sein, dass irgendwie was Krasses gerade passiert oder auch einfach so, so Lifestyle-Sachen oder so, ähm, wo ich dann so merke so, boah, krass, das hat sich wirklich gelohnt, also, ich bin wirklich zu der Person geworden, die ich immer sein wollte, ich führe das Leben, was ich immer leben wollte und ich weiß, dass viele, ähm, auf dem Weg dahin immer wieder reinrutschen und dann so das Gefühl haben, eigentlich müsste ich viel mehr dafür tun oder andere Sachen tun, als die, mit denen ich mich gerade beschäftige. Wenn man dann irgendwie zum Beispiel viel persönliche Entwicklung macht und dabei eigentlich das Gefühl hat, eigentlich sollte ich mich ja jetzt um die nächste Kampagne kümmern oder so oder um die, äh, um den nächsten Launch oder um das nächste Produkt oder was auch immer. Ähm, und ja, ist ja total wichtig, dass man das macht und auf der anderen Seite, ich hab das gerade jetzt in diesen Momenten, wo ich immer wieder diesen Flash hatte, so sehr gefühlt, dass diese Dinge mir das nicht kreiert haben, sondern das, was mir das kreiert hat, ist diese persönliche Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben und man muss einfach mal sagen, wir machen die jetzt seit, also, oder ich mach die jetzt seit sieben Jahren, konstant, so tief, so, also, ich hab ja alles drehen dürfen, ich hab so viel verändern dürfen, ich hab so viel, ähm, so große Entscheidungen treffen dürfen und so und, ähm, jetzt in den letzten Tagen mal wieder drüber nachgedacht, halt, wie wichtig das eigentlich wirklich für uns war. Ich erlebe es aber auch so, also, klar, wir sind alle irgendwie so erzogen, beziehungsweise die Umwelt ist ja einfach auch so, dass sie einem immer wieder suggeriert, dass eigentlich das Machen von bestimmten Tasks das ist, was uns tatsächlich zum Erfolg führt, was uns weiterhilft und so weiter. Und unterm Strich, natürlich ist da, du, du musst bestimmte Schritte machen, das ist richtig, du musst bestimmte Dinge tun, das macht Sinn, also gerade auch, wenn du ein Business führen möchtest, aber das, was den riesigen Unterschied macht, ist halt, wer bist du, wenn du es machst? Also, bist du jemand, der extrem bewusst ist? Bist du jemand, der die ganze Zeit danach strebt, die beste Version von sich zu leben? Oder bist du jemand, der das halt einfach macht, weil man das macht? Nehmen wir ein Beispiel. Social Media kannst du so unterschiedlich machen. Du kannst Social Media so machen, wie man es halt macht. Und das machen 99 Prozent und das siehst du an den Ergebnissen. Du kannst es aber eben auch anders machen und dann passiert plötzlich was. Also, dann sprichst du Menschen anders an und die Menschen, die du dann ansprichst, die reagieren auch anders. Und du wirst sofort einen anderen Effekt erfahren. Aber das ist eben bei allen Tasks so, also bei allen Dingen, die du, bei allen Aufgaben, die du so über den Tag hast, ist es eben extrem wichtig, wer bist denn du eigentlich, wenn du das machst? Und nicht nur arbeite es einfach ab. Und ich war früher jemand, ich habe früher einfach alles in erster Linie abgearbeitet, muss man wirklich sagen. Und ich habe auch Ergebnisse gehabt, aber es war so anstrengend, es war so mühsam, es hat mich so viel Kraft gekostet. Und seitdem ich begriffen habe, dass es andersrum viel leichter ist, möchte ich das wirklich nicht mehr missen. Also, ich habe das die letzten Jahre immer gemerkt, dass ich dadurch die persönliche Entwicklung, die ich gemacht habe, also überhaupt erst dadurch Umstände im Außen kreiert habe, die überhaupt dazu geführt haben, dass ich zum Beispiel bestimmte Tasks überhaupt machen konnte, dass ich mich um bestimmte Sachen kümmern konnte, dass ich Social Media zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise überhaupt machen konnte. Und das ist halt auch etwas so, ich glaube, wir wissen alle, dass es wichtig ist, dass wir uns darum kümmern. Und gleichzeitig ist es irgendwie das Erste, was wir so, ja, vielleicht hinten anstellen, wenn wir gerade in einer Drucksituation sind. Weil gerade da wünschen wir uns jetzt halt irgendwie die Rettung, irgendwie etwas, wo wir uns dran festklammern können, wo wir wissen, das ist irgendwie eine Strategie, die funktioniert oder so. Aber erfahrungsgemäß würde ich wirklich sagen, es ist nie die Strategie, die funktioniert, sondern immer die Person, die die Strategie gerade umsetzt, bei der das funktioniert. Und wir könnten alle, wir können genau das Gleiche machen wie irgendjemand anders. Das wird bei uns nicht so funktionieren, weil wir nicht so sind wie diese Person. Und ich glaube auch, dass halt, also, dass dementsprechend halt eben diese ganzen, die Möglichkeiten und die Chancen, die jeder von uns in seinem Alltag bekommt, halt eben auch genau die sind, die halt passend sind zu der Identität, die wir gerade leben, zu der Persönlichkeit, die wir gerade sind. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns selber eigentlich die ganze Zeit so klein machen oder vielleicht es nicht mal selber machen, aber so das Gefühl haben, dass uns das Universum das irgendwie immer wieder vor die Füße legt, dass wir es nicht schaffen, eben in diese Größe zu gehen, diese, dieses, dieses Seelenmatch einzunehmen, dass wir dementsprechend halt auch die ganze Zeit dann nur Möglichkeiten kreieren, die sich für uns sehr limitierend anfühlen. Und dann ist es vielleicht so, dass du dich dann wieder findest in irgendwelchen Seminaren, wo dir erzählt wird, dass du auf eine bestimmte Art und Weise verkaufen musst oder halt, dass du auf eine bestimmte Art und Weise Social Media machen musst. Und ich glaube, deshalb ist es auch so, dass, also bei uns, ich empfinde ja unsere ganzen Angebote und so, das ist ja für mich nicht einfach nur, das sind nicht einfach Programme oder Calls oder so, sondern für mich ist es wirklich eine ganz, ganz hohe Form von Kunst, weil wir so viel Tiefe in Details geben und ihnen, also wir geben Kleinigkeiten in so großem Raum, dass wir eigentlich, also das müssten wir eigentlich nicht machen, aber dadurch, dass wir es machen, hat es eben einen riesen Impact, wenn wir dann diese Kleinigkeiten umsetzen. Also zum Beispiel sowas wie ein einzelner Live-Call, der ja eigentlich ist es nur ein Call, aber eben dadurch, dass wir aus diesem Live-Call ein Kunstwerk machen, dadurch, dass wir da eben viel mehr Energie, Zeit, Geld, Aufwand reinstecken, wie ich würde mal sagen, fast gefühlt jeder andere, dadurch ist es halt was ganz Besonderes und eben dann auch bei den Kunden nicht nur ein Call, sondern halt jeder Call transformierend und lebensverändernd und das sind ja Dinge, die wir erst, also erstmal Ideen und Impulse, die wir erst bekommen können, wenn wir unsere Größe leben, aber halt auch Möglichkeiten, die wir erst irgendwie anziehen und Menschen, die wir erst anziehen, die uns dann auf Ideen bringen, wenn wir halt eine bestimmte Persönlichkeit geworden sind und ich weiß so gut, dass bei uns war es ja ganz lange so, dass wir irgendwie von einem großen Leben geträumt haben oder einfach auch bestimmte Ziele hatten und so und immer wieder dieses Gefühl hatten, nicht so richtig in die Schuhe zu kommen oder dass es so, wir noch gar nicht ansatzweise das Potenzial leben, was wir eigentlich leben könnten und ich mich immer darüber geärgert habe, dass ich so das Gefühl hatte, wir sind wie in so einem eigenen Gefängnis, was wir uns selber gebaut haben, wo es in alle Richtungen irgendwie so sich nach Limitation anfühlt und eben nicht einfach limitless und effortless und das halt einfach alles zu uns fließt, sondern halt immer, dass wir so, ja, so gedeckelt sind und dementsprechend halt auch, egal wie viel mehr Kraft wir reingesteckt haben, wir haben halt dann nicht das 200-fache oder das 10-fache rausgeholt, sondern halt, ja, vielleicht so ein mini, mini, mini bisschen mehr und dass man so wahnsinnig viel kämpfen muss und wahnsinnig viel machen muss, damit ein bisschen mehr passiert. Und das ist halt auch ein interessanter Faktor, finde ich, wenn du Dinge wirklich sehr aus deinem Bewusstsein heraus tust, dann entsteht eben etwas anderes, etwas, was viel, viel größer ist. Also du hast jetzt eben gerade die Beispiele genannt mit den Calls und mit den Programmen und das ist, das macht so einen Unterschied. Also ich könnte zu allen Themen, die wir haben, könnte ich eben schnell irgendwelche Programme maßschneidern oder so. Ich könnte ganz schnell mal eben irgendwie hier ein paar Calls machen. Ich bräuchte nichts davon vorbereiten und so. Und das andere ist trotzdem so, dass wir ja jeden Call sehr, sehr gut vorbereiten, sehr akribisch vorbereiten und eben genau überlegen, was soll er bewirken? Ja, wie soll diese Reise aussehen? Wie soll die Reise aussehen? Was darf passieren? Und das ist halt klar, auch hier, du kannst es dir leicht machen und du kannst es dir, ich will nicht sagen schwer, es ist ja nicht mal schwer, sondern es geht darum, wirklich das größte und bestmögliche Ergebnis zu erzielen, was das jetzt in diesem Moment machen kann. Und ich weiß, dass es, du kannst es so machen, dass du wirklich die Zeit, also das, was du machst, dass du das so nutzt, dass wirklich richtig etwas passiert, eine Veränderung passiert oder es ist halt wieder so, ja, das habe ich jetzt eben auch gemacht, es ist ein Call von vielen. Im Übrigen kannst du das leider, muss man einfach auch sagen, auch so mit der gesamten Persönlichkeitsentwicklung machen. Also du kannst, ja, du kannst die Fliege an der Wand sein, ob du jetzt bei uns in einem Programm bist, in einer Masterclass, aber auch, ob du ein Buch liest oder so oder den Podcast hier hörst, du kannst quasi die Fliege an der Wand sein, die das Ganze mehr oder weniger passiv beobachtet, ja, oder du gibst dich 100 Prozent da rein. Und für mich, gerade weil du jetzt auch diesen Jahreswechsel angesprochen hast, ist das für mich zum Beispiel auch, es ist, viele sagen sich, ja, das ist ja egal, ob jetzt ein neues Jahr anfängt oder so, fürs Business ist es ja egal, ja. Das ist nicht die Wahrheit. Wir spüren in uns drin, dass etwas Neues beginnt und dass wir was Altes abschließen dürfen. Und als ich das Programm Empire entwickelt habe, war es ja zum Beispiel auch, das ist genau da. Ja, so ein Jahresauftaktprogramm. Genau, das ist das Jahresauftaktprogramm. Das startet am 3. Januar. Wir können euch den Link mal hier unten in die Beschreibung legen. Auch da geht es ganz, ganz klar darum, das wirklich zu nutzen. Da ist ein Zeitpunkt zwischen den Jahren, am Anfang des Jahres. Da ist ein Zeitpunkt, wo du das Neue mit dem Neuen beginnst. Und egal, ob du dran glaubst, in Anführungsstrichen, oder nicht, es macht einen richtigen Unterschied. Zum Beispiel aus den Dingen lernen, aus dem alten Lernen. Also wie viele Leute machen Fehler doch immer und immer wieder? Wie viele Leute fallen immer wieder ins Gleiche rein? Im ersten Moment denkt man vielleicht, na, jetzt ist die Situation aber anders. Aber das stimmt nicht. Nur die Akteure sind anders. Nur die Farben sind vielleicht anders. Aber letztendlich geht es immer wieder um dieselben Dinge. Oder was bei vielen auch immer wieder ist, ist so, du verdienst eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Hast das Gefühl, du bist auf so einer Plateauphase. Dann kommt plötzlich einmal viel mehr und du hast das Gefühl, boah, endlich habe ich es durchbrochen. Jetzt habe ich es endlich gefunden, wie es funktioniert. Wahnsinn. Und dann kommen aber die nächsten drei Monate gar nichts. Und wenn du hinterher drauf schaust, ist es trotzdem die ganze Zeit das Gleiche gewesen. Genau. Und solche Sachen passieren dauernd und es ist ein Zeichen von Unbewusstem. Also etwas Unbewusstes passiert und es ist auch tatsächlich dein Unterbewusstsein, was da die ganze Zeit am Werke ist. Und alleine dieses Beispiel, was du jetzt genannt hast, das ist so wichtig, das kriegst du nur durch Persönlichkeitsentwicklung in den Griff. Das kriegst du nur dadurch in den Griff, indem du anfängst, bewusst mit dir selber umzugehen und bewusst dich selbst entwickelst. Also auch die Prägungen, die finden ja nicht nur statt in der Jugend oder so. Ja, wir denken immer, alles kommt aus der Kindheit, aber das ist auch nicht die Wahrheit, weil wenn du genau hinguckst, ist es auch deine jetzige Situation, die dich genauso prägt. Weil in diesem Moment jetzt lernst du genauso, wie du als Fünfjähriger schon gelernt hast, lernst du jetzt genauso. Und auch da sind oftmals Sachen dabei, die kannst du nicht so verallgemeinern, die solltest du nicht wirklich glauben und so weiter. Ist ja auch so, wenn wir jetzt Erfahrungen machen, also zum Beispiel bei uns war es ja so, wir haben, als wir den Podcast hier gestartet haben, waren wir, glaube ich, in 48 Stunden oder wie lange hat es gedauert, bis wir in den Charts waren? 48 Stunden. Ja? Ja. Also jetzt bei Millionaire Spirit, ne? Ja. Ja, also waren wir innerhalb von 48 Stunden in den Charts. So, das ist ja erstmal ein bestimmtes Framing. Ja. Wenn du dann die nächste Podcast-Folge aufnimmst, hast du erstmal das Gefühl, die wird auch laufen. Ja, genau. Angenommen, wir hätten diesen Podcast rausgehauen, diesen Millionaire Spirit gelauncht und wir hätten null Rückmeldungen bekommen. Keine Bewertungen, keiner hätte sich gemeldet, keine Nachrichten, keine Feedbacks, gar nichts. Dann wäre er das Framing und das Gefühl, bei der nächsten Podcast-Folge, die man aufnimmt, ja, wird das wohl jemand hören und so. Und plötzlich, das ist eben genau das, was ich meine. Ja, es ist nur eine Podcast-Folge, es ist eine Kleinigkeit. Und du kannst es behandeln, als ob es eine Kleinigkeit wäre. Oder du gibst dem halt den Fokus, die Liebe und die Aufmerksamkeit, damit du aus dieser Kleinigkeit auch etwas Wichtiges machst, etwas Kunst kreierst oder etwas wirklich veränderst. Was Impact hat. Ja, Impact schaffst, ja. Und ich glaube, dass wenn du Menschen anziehen möchtest, die halt schon an einem gewissen Punkt stehen oder die wissen, was sie wollen im Leben oder Menschen, die keine Lust haben, mit dir über Preise zu diskutieren oder irgendwas, sondern die halt einfach Lust haben, mit dir zu arbeiten, in welcher Form auch immer, die sich in deinem Unternehmen zu Hause fühlen sollen, dann ist es halt wichtig, dass du anfängst, dir klarzumachen, dass wenn du willst, dass diese Menschen in sowas wie einer Podcast-Folge Impact sehen, dann musst du auch in einer Podcast-Folge Impact sehen. Ja. Wenn ich will, dass jemand eine The Riff-Memo hört und danach das Gefühl hat, dass das sein Leben verändert hat, dann darf ich mir beim Aufnehmen dieser Memo klar machen, dass ich ihr Leben verändern möchte und nicht einfach jetzt nur eine Memo mache für The Riff. Das ist unsere Membership, wo man jeden Tag Updates quasi kriegt. Und das gilt ja für alles. zum Beispiel jetzt, wir stecken ja, häufig ist es so, dass wir, wenn wir eine Masterclass haben, gibt es am Anfang von den Calls immer so einen Trailer, wo wir jeden einzelnen Teilnehmer begrüßen. Es steht dann immer Welcome und dann Anne, Maike, also die ganzen Namen halt. Und das macht immer super viel Arbeit, weil das sind ja immer ein paar hundert Namen und das müssten wir nicht machen. Aber jeder, der das sieht, weiß halt, dass wir es nicht machen müssten und sieht aber, dass wir dem halt einen Wert geben, dass wir auf einer Kleinigkeit etwas Großes, etwas Wichtiges machen. Oder zum Beispiel auch, dass wenn man The Riff bucht, dass man so ein Welcome-Video bekommt von Daniel. Also wenn ihr The Riff bucht, die Membership, ihr bekommt ein persönliches Welcome-Video, also was nur für euch extra aufgenommen wurde. Und wo, glaube ich, auch jeder weiß, das müssten wir nicht machen. Also das könnten wir uns sparen. Aber eben dadurch, dass wir es machen, wird halt aus so einer Kleinigkeit, wie so einem Onboarding-Prozess von einer 99-Euro-Membership, halt plötzlich so was Großes. Und man merkt, dass wir auch diese Dinge schätzen und dass wir den Dingen Wert geben. Und plötzlich ist es auch viel leichter, für einen Kunden diesen Dingen dann Wert zu geben. Und wenn du als Kunde oder als Teilnehmer den Dingen Wert geben kannst, wirst du einfach viel, viel mehr mitnehmen. Der Punkt ist, in dem Moment, wo du selber nicht dran glaubst, dass etwas Großartiges passieren kann, wird nichts Großartiges passieren. Wenn du selber spürst, hier kann etwas Großartiges passieren, dann passiert was Großartiges. Das heißt, natürlich beeinflussen wir das mit. Und du beeinflusst es auch, also selbst als Hörer dieses Podcasts, hier beeinflusst du das natürlich, was davon kann bei dir landen, was kann nicht landen. Hörst du es nebenbei oder fokussierst du dich auch darauf? Das sind eben Dinge. Das ist wiederum deine Aufgabe, aber unsere Aufgabe sehen wir ganz klar darin, nicht einfach nur irgendetwas abzuliefern, sondern wirklich ein Work of Art daraus zu machen. Und in dem Moment, wo wir das tun und uns bewusst sind, wo wir Bewusstsein schaffen können, können wir verändern. Und ich sehe da ganz klar meine Aufgabe auch drin oder die Aufgabe von Pro Charisma. Und das ist eine Entwicklung gewesen. Das war nicht immer so. Ich habe schon immer, also seit ich Seminare gebe, seit ich Coaching mache, habe ich das schon immer sehr, sehr gut behandelt. Ich habe mich auch immer gut vorbereitet und so weiter. Aber dass mir das so bewusst ist, was, was, welche Bedeutung dahinter steckt, einfach mit welcher Energie ich da reingehe und ob ich da jetzt einfach irgendwas aufnehme, irgendwas mache, irgendwie was vorbereite und es dann abreiße oder ob ich das in vollem Bewusstsein dessen, was wir hier erschaffen können gemeinsam, was wir hier kreieren können, im vollen Bewusstsein dessen, das zu erschaffen, bringt natürlich einen ganz, ganz anderen Impact nochmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde schon, dass sich auch die Inhalte, die ich kreiere, in den letzten 15 Jahren sehr verändert haben. Jetzt nicht nur einfach vom Inhalt oder vom Stil her oder so, sondern einfach dadurch, dass ich heute viel bewusster mit so etwas umgehe. Ja, und das ist ja alles nur möglich, weil wir halt eben so viel Entwicklung durchhaben, weil wir uns so viel mit uns selbst beschäftigt haben, was wir eigentlich wollen, weil wir in Wahrheit sind, eben immer weitergegangen sind in diese Größe. Wir haben jetzt übrigens auch, also morgen kommt die Folge raus, am Donnerstag geht es los, startet unsere kostenfreie Masterclass, The Star, das ist die erste kostenfreie Masterclass bei Pro Charisma. Und also auch da gerne, wir können ja den Link mal in die Shownotes packen, wer sich von euch da noch anmelden mag. Aber das ist dann Eisenbahn. Genau, ja, und wir werden sie danach für 444 verkaufen. Und das ist ja, also da sprechen wir auch ganz viel über dieses Thema, endlich diese Größe einzunehmen und dieses Seelenmatch zu leben, eben damit du auch ganz viele von diesen Momenten hast, wie ich sie jetzt auf der USA-Reise hatte. Aber im Endeffekt, wenn du dich das nächste Mal fragst, ist das so sinnvoll, dass ich mich gerade mit solchen Themen auseinandersetze, müsste ich nicht stattdessen eigentlich irgendwas tun. Natürlich musst du auch Sachen tun, aber ich verspreche dir, dass diese persönliche Entwicklung zu machen, ist der wichtigste Part von diesem Weg und ist das, was im Endeffekt alles ausmacht. Und manchmal fühlt es sich vielleicht auch so an, dass wir mit einer Erwartungshaltung rangehen und das Gefühl haben, eigentlich die Sachen müssten schon längst da sein. Wir beschäftigen uns doch jetzt schon so lange damit. Das müsste doch eigentlich alles viel schneller gehen. Bei allen anderen funktioniert es sofort. Nur jetzt, ich mache diese Arbeit jetzt seit sieben Jahren. Du seit 26 Jahren. Eigentlich sogar nur länger. Und das ist, und wirklich, also jetzt in meinem Fall jetzt einfach mal nur sieben Jahre, in denen ich vollen Fokus darauf genommen habe. Nicht irgendwie ab und zu mal ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder irgendwie ein bisschen Chaka-Chaka, sondern in denen ich mich so tief mit mir beschäftigt habe, durch so viele Ängste durchgegangen bin, so viel Mut aufgewendet habe, um diese Brand hier zu kreieren und dieses Leben so zu kreieren, wie wir das heute führen. Und ihr dürft darauf vertrauen, dass die Dinge zur richtigen Zeit kommen und einfach weitermachen, mit diesem Weg konstant immer mehr Größe zu leben. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ihr Lieben, danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, auch wenn es ohne Bild war. Aber die, die immer den Podcast hören, die merken ja eh keinen Unterschied. Die nächste Folge machen wir mal wirklich einfach nur Bild und dann ohne Ton. Aber die geht dann auch nur zehn Sekunden? Nee. Okay, aber beim nächsten Mal hat der Finn vielleicht nicht mehr ganz so schlimm Husten. Und genau. Mit Sicherheit. Aber wir wollten euch auf jeden Fall trotzdem jetzt nicht noch länger warten lassen. Ja, ihr Lieben. Also, wir legen euch hier noch Infos unten rein. Wir haben jetzt über einiges gesprochen. Ja, wir packen einfach mal alles rein. Genau, wir packen mal alles hier rein. Sucht euch was aus. Kommt mit dazu. Kauft einfach alles. Das macht sowieso Sinn. Also die, die bei uns, unsere Teilnehmer, die die höchsten Umsätze haben mit ihrem Business, die sagen immer, sie wollen pro Charisma auf Lebenszeit. Das hat ja dann offenbar einen Grund, wenn die sowas sagen. Okay, ihr Lieben. Also, wir wünschen euch Fühlt euch gedrückt und geknutscht. Einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.